Ich wollte euch heute mal wieder meine Teveo Favoriten zeigen. Das ist das Lounge Set, das seht ihr mich ja super oft zu Hause tragen. Ich glaube in Helga gibt es das leider gerade nicht, aber in anderen Farben, natürlich in Beige gibt es das. Wie soll es auch anders sein? Habe ich natürlich auch. So sieht das von hinten aus. Ich finde es richtig schön und es ist einfach super bequem für zu Hause. Das ist die Focus Kollektion. Das ist meine liebste Sport Kollektion, muss ich sagen. Und das schon seit langem. Ich trage hier tatsächlich in der Hose noch eine Größe M. Ich habe die noch aus der Schwangerschaft. Passt mir tatsächlich jetzt aber auch noch. Ist auch nicht ausgeleiert. Die sind generell immer super stretchy, die Sachen. Außerhalb der Schwangerschaft trage ich aber eigentlich Größe S. Genau, ich mag diesen Scrunch hier vorne, diesen BH, dass das so herzförmig ist und auch ein bisschen länger geschnitten ist und nicht zu kurz. Und von hinten sieht sie so aus. Hat hier hinten einmal den Hoodie Scrunch. Der BH ist recht schlicht von hinten. Ich finde sie formt einfach eine richtig tolle Figur und ich fühle mich super wohl in der Kollektion. Die Signature Kollektion liebe ich auch richtig doll. Vor allem die Hoodies. Die sind einfach so unglaublich kuschelig, weich, warm, gemütlich und von hinten sind sie ein absolutes Highlight. Ich habe ihn von hinten jetzt gerade so ein bisschen gecropped. Man kann ihn natürlich aber auch runterhängen lassen. Ich finde es so aber richtig cool irgendwie. Und ich liebe einfach diese Aufschrift von hinten. Vor allem ist die gestickt und richtig hochwertig. Aber auch die Leggings und der BH kann sich absolut sehen lassen, muss ich sagen. Also ich bin auch in love mit dieser Kollektion. Es gibt auch noch einen anderen Sport-BH davon. Habe ich jetzt aber gerade nicht da in der Farbe. Müsst ihr aber unbedingt mal abchecken. Und denkt gerne an meinen Code CAMPION10. Damit gibt es 10% auf alles. Das ist 10% auf alles.